Der NKOM 511 Computer, das Zentrum der brillantesten Intelligenz auf Erden. In seinem Inneren existiert eine unbekannte Zivilisation, ein Reich, das sich der Menschheit bisher verschlossen hat. Eine erschreckende Welt, in der Zeit und Entfernung die Gesetze der Logik außer Kraft setzen. Ich verstehe nicht, weshalb du in das System eindringen willst. Mann, weil in einem dieser Datenspeicher die Beweise stecken. Kevin Flynn sucht nach dem geheimnisvollen Code innerhalb des Systems. Hey, es ist das berühmte Masse-Control-Programm, von dem so viel geredet wird. Stopp, ich warne dich. Ich werde dich auf den Spielraster versetzen. Katapultiert in die digitale Welt des Computers. Das ist doch nicht wahr, Mann, das ist doch ein Traum. Gefangen in einer elektronischen Arena, wo Liebe und Flucht nicht vorprogrammiert sind. Eine Reise über ein elektronisches Meer, auf Zyklen, die aus Licht bestehen. Feuer! Tron. Es erwartet Sie eine Welt in einer neuen Dimension. die neue Le 포gramm mit einer neuenule. der nicht allein von ihr, Hier wurde es eine neue Geschichte gebaut.